Im Hintergrund haben wir die Gerüste. Das sind Arbeitsgerüste und Montagegerüste für die Montage der Tragkonstruktion Stahl. Das grosse Fachwerk für Stahl, das wir dann montieren, ist nicht allein so tragfähig. Das heisst, es muss zusammengesetzt werden, bevor das der Tragkonstruktion abgestützt werden muss. Sobald die ganze Brücke montiert ist, das heisst Untergurt, dann kommen die Pfosten und Diagonalen vom Fachwerk, dann kommt der Obergurt vom Fachwerk, wo auch die Decke der Konstruktion ist. Erst wenn alles montiert ist und kraftschliesslich verbunden ist, mit den Schrauben oder zusammengeschweisst, dann hält die ganze Brücke zusammen. Und wenn die ganze Brücke montiert ist, müssen zuerst noch die Auflagerpunkte ausgegossen werden, das sind Betonsockel, damit das Ganze wirklich funktioniert. Und erst dann, das wird erst Ende März sein, bis wir alle die Arbeitsgerüste und Montagegerüste ausbauen können.